Die Stimme für Erfolg, Episode 040 Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite Ja, die Episode 040, die erste im neuen Jahr. Ich grüße dich und ich hoffe, du bist gut über die Feiertage gekommen und vor allen Dingen bist du gut ins neue Jahr gerutscht. Und ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Glück, Gesundheit, Erfolg, was immer du dir auch wünschst und möge es in 2017 in Erfüllung gehen. Ja, das heutige Thema ist die Stimme als bedeutendes Kommunikationsmittel für Callcenter. Ich habe in meinem anderen Beruf, ich bin ja auch Werbetexterin, den ich seit vier Jahren ausübe, einmal einen besonderen Auftrag bekommen, den ich heute zum Anlass nehme für diese Episode. Es war eine deutsche Firma, die in Spanien Telefondienste anbietet für vorwiegend Deutsche, die dort leben oder auch ausgewandert sind oder sich einfach über längere Zeit in Spanien aufhalten. Ich sollte dort einen Leitfaden, ich sollte für diese Firma einen Leitfaden erstellen für Angestellte in deren Callcenter. Und ich muss zugeben, das war schon keine leichte Aufgabe, weil natürlich es schon sehr schwierig ist, wie stellst du einen Leitfaden für einen Callcenter her. Aber ich muss sagen, die Arbeit war sehr reizvoll und sie hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist ja oberste Pflicht bei jedem Verkaufsbrief, sich in den zukünftigen Kunden hinein zu versetzen. Was will er? Womit kann man sein Interesse wecken? Und vor allen Dingen, wie kann man ihn dazu bringen, nicht gleich den Hörer aufzulegen, wenn er merkt, oh, da ist jemand von einem Callcenter. Und bei dieser Arbeit bin ich natürlich stark von mir ausgegangen, denn ich hasse prinzipiell Callcenter-Anrufe. Wenn ich die sehe oder höre, möchte ich am liebsten gleich aufhängen. Weil sie, erstens mal ist es ja bei uns auch nicht erlaubt, aber sie sind dann auch so penetrant. Also ich hatte mal welche, die wirklich jede Woche angerufen haben oder jeden zweiten Tag sogar und ich bin dann einfach nicht mehr ans Telefon und irgendwann hat es sich dann totgelaufen. Ja, nun aber zurück zu diesem Leitfaden. Ich habe mich also gefragt, was würde mich dazu bringen, nicht sofort den Hörer auf die Gabel zu donnern? Was würde mich dazu verleiten, erst mal zuzuhören? Aber okay, das gehört jetzt eigentlich nicht zum Thema Stimme. Ich habe dann natürlich mich sehr damit auseinandergesetzt und ich glaube, es ist eine ganz gute Sache geworden. Und was ich dann noch in diesen Leitfaden geschrieben habe, das war, dass die Leute Stimmübungen machen sollten, bevor sie überhaupt ans Telefon gehen. Es ist einfach wichtig, dass die Stimme sich aufwärmt. Das ist wie wenn ich zum Joggen gehe und laufe gleich los, dann kriege ich vielleicht oder mit ziemlicher Sicherheit einen Muskelkrampf oder ich kriege eine Muskelzerrung oder irgend sowas in der Art. Man macht sich einfach auch immer warm und das ist ja mit den Stimmlippen genauso. Einfach ein bisschen sich einsprechen, sich einsummen. Ich werde dazu übrigens bald einen kleinen Videokurs herausgeben, wie man die Stimme aufwärmt, was man dabei machen kann, welche Übungen es gibt und so weiter. Und die kann man sich dann als Video anschauen und auch als MP3 herunterladen. Wenn er rauskommt, bist du natürlich der Erste, der es erfährt. So, also zurück zum Callcenter. Es ist wirklich wichtig, sich aufzuwärmen, bevor man ja in den Tag geht, im Grunde, wenn man viel zu sprechen hat. Denn das ist auch ausschlaggebend für den Klang einer Stimme. Was ich halt immer bemerkt habe an mir selber, ich hänge wesentlich schneller den Telefonhörer ein, wenn mir die Stimme unsympathisch ist. Wenn da so einer nuschelt oder so knarzt oder sowas in der Art, dann bin ich schon, also da stellen sich bei mir schon die Haare hoch und ich habe gar keine Lust mehr weiterzureden. Und es gibt eben gerade bei Callcenter-Mitarbeitern Stimmen, die, ja, ach, die sind ja wirklich tödlich. Vielleicht bin ich da auch überempfindlich, aber ich bin halt, ich höre Stimmen vielleicht auch anders als ein normaler Mensch, der sich jetzt nicht so sehr mit Stimme befasst, aber es ist einfach so, dass du auch sicher an dir selber spürst, wenn eine Stimme unsympathisch ist oder wenn sie sympathisch ist oder wenn sie dich anspricht, wenn sie dein Herz öffnet oder wenn sie es verschließt oder wenn du gleich davonlaufen möchtest. Viele nuscheln auch und wie gesagt, sie quetschen sich da manchmal einen ab in der Stimme, muss man schon so sagen. Ja gut, das sind nicht alle so, aber ich finde halt, solche Mitarbeiter, die in Callcentern arbeiten, die müssten unbedingt Stimmtrainings bekommen, weil es ist ja das Aushängeschild dieser Firma und sie sollten sich unbedingt der Wirkung ihrer Stimme bewusst werden, denn es hat natürlich einen ganz hohen wirtschaftlichen Faktor, ob die Stimme angenehm ist und die Person am anderen Ende der Leitung anspricht oder ob sie davongejagt wird von dieser Stimme. Und gerade bei einem Erstanruf ist es entscheidend, wie die Stimme klingt. Da wirst du mir sicher zustimmen, denn du hast es bestimmt auch schon öfter erlebt, dass dich jemand angerufen hat und du hast gedacht oder du hast jemand angerufen, wolltest eine Firma anrufen und die Stimme am anderen Ende war genervt oder sie war gelangweilt oder manche sind ja schon so schnippisch direkt schon am Telefon, dann reicht es einem eigentlich schon, dann möchte man gar nicht mehr weiter telefonieren. Und das ist der Punkt, der wirklich ein Wirtschaftsfaktor sein oder ist. Nicht nur sein kann, sondern das ist einer. Denn wenn ich dort anrufe und ich werde nicht gut behandelt und werde irgendwie ja von der Stimme schon beleidigt, dann rufe ich da einfach auch nicht mehr an. So ist es. Es ist halt immer wieder, was ich sage, die Stimme ist deine akustische Visitenkarte. Und ist der Kunde mal weg, ja, dann war's das wohl. Also, was gibt's für Mittel, wie helfen wir der Stimme, dass sie in sympathischer Weise die Person am anderen Ende im wahrsten Sinn des Wortes ja, an der Strippe hält. Nicht hier, nicht bei der Stange, aber an der Strippe. Ja, da gibt's ein paar kleine, ja, wie soll ich sagen, das sollte man sich einfach merken. Der eine Punkt ist, halte deine Mundhöhle nicht zu flach. Also, ich merke das schon gar nicht mehr, weil ich hab's halt gelernt, aber die meisten Menschen sprechen so mit so einer flachen Mundhöhle. Da ist hinten der hintere Gaumen ganz unten. Du hörst es jetzt an meiner Stimme. Sie wirkt weder lebendig, noch wirkt sie irgendwie, ja, ansprechend. Sie hat einfach keinen Klang. Die ist tot, die Stimme. Und wie kannst du das machen, dass du dir das vorstellst? Also, ich sag meinen Schülern immer, stell dir vor, du hast etwas Leckeres im Mund, das hab ich, glaube ich, auch schon in einer der letzten Episoden gesagt, aber man kann's immer wieder mal sagen, weil man vergisst's ja dann. Stell dir vor, du hast irgendwas Schönes im Mund. Ein Küsschen, kennst das Küsschen schon, ich will jetzt keine Firmennamen nennen, aber, oder ein, ich weiß nicht, einfach was Schönes. Und wo du denkst, ach, das will ich jetzt gar nicht zerdrücken, da muss ich drum rum sprechen. Und dann stellst du dir vor, deine Stimme gleitet am oberen Gaumen entlang. Denn so gibst du wirklich der Stimme auch hier Raum und sie klingt präsenter. Das ist einfach so. Und die Weite im hinteren Rachen, die leichte Gähnweite, die lässt die Stimme voller klingen. Du kannst es einfach mal ausprobieren, indem du den Anfang vom Gähnen machst. Dann öffnest du schon deinen Mundraum und den hältst du einfach ein bisschen offen und sprichst. Lässt die Worte oder die Stimme am oberen Gaumen rüberklingen, rübergleiten. Weiter hilft auch natürlich eine gute, aber nicht übertriebene Artikulation. Die ist hervorragend dafür. Und das weitverbreitete, faule Sprechen, von dem ich auch gerade vorhin gesprochen habe, bei dem die Zähne kaum auseinander gehen, das macht einfach keinen besonders guten Eindruck, vor allen Dingen keinen besonders guten ersten Eindruck am Telefon. Wenn man mal müde ist und im Freundeskreis sitzt, ja, mein Gott, dann kann schon sein, dass die Stimme mal runter geht. Aber im beruflichen Kontext sollte man sich das einfach angewöhnen, dass die Stimme Raum hat, dass die Mundhöhle gibt ihr den Raum. Die Mundhöhle ist ein wunderbares Mittel, um sie zum Klingen zu bringen und sie nicht zu quetschen. Dann ein weiterer Punkt ist, beobachte mal deine Zunge. Darüber mache ich dann auch nochmal eine Extra-Episode, weil das ganz wichtig ist. Die Zungenwurzel ist sehr, sehr häufig bei den Menschen fest hinten drin. So, ich quetsche da hinten meine Zungenwurzel rein. das hat verschiedene Auslöser. Also ich habe schon gemerkt, dass ich Menschen habe, die das ganz besonders stark haben, die in einer Führungsposition sind. Das sind auch zum Beispiel Controller, die kontrollieren, die wollen alles kontrollieren und die können sich ganz, ganz schwer vorstellen, dass die Zunge nicht da hinten irgendwo auch kontrolliert wird, dass die einfach locker im Mundraum liegt, im Unterkiefer ganz locker drin liegt. Nein, da muss immer irgendwie noch ein Zügel dran. Aber du kannst es selber ausprobieren, indem du zum Beispiel mal fest sprichst, die Zunge wirklich ganz bewusst festmachst hinten oder sie locker lässt. Aber wie gesagt, dazu gibt es eine Extra-Episode und da werde ich das nochmal ausführlicher erklären. Wenn du die Zunge locker lässt, dann klingt die Stimme ganz natürlich und eben nicht gequetscht. Das verhindert auch, dass seine Stimme zum Beispiel zu knarzig wird. Das kann auch, das kommt sehr, sehr, sehr häufig von einer festen Zungenwurzel. Bei Frauen wird es oft zu hoch, wenn ich sie nach hinten ziehe oder wenn ich gar nichts, gar keine Spannung habe, dann wird es zu hauchig. All das ist ja, ist nicht forderlich für eine Callcenter, für eine Callcenter-Stimme, denn damit verjage ich halt die Leute oder es macht sie schon im Vorhinein einfach, ja, es macht sie, es gibt ihnen ein unwohles Gefühl und das kannst du einfach bei dir auch bemerken, wie du reagierst auf Stimmen. Beobachte das mal. Das würde mich auch mal interessieren, schreib mir doch dazu ruhig mal einen Kommentar, weil es interessiert mich natürlich, wie du Stimmen bei anderen empfindest. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt oder zum vorletzten Punkt, der eine Stimme klangvoller macht. Das ist unsere Tiefenatmung oder Bauchatmung, die ich ja schon angesprochen habe in einer früheren Episode und damit kannst du deiner Stimme wirklich auch einen wohltönenden Klang angeben und dir wird der ganze Druck im oberen Brustbereich genommen. Der Atem geht einfach ruhig und du bist selber auch ruhig und gelassen, viel ruhiger, als wenn du nach oben atmest oder alles, ja, die Muskeln anspannst und dann wird es einfach alles gepresster. Denn jede Muskelanspannung, die ich im Körper mache, überträgt, oder jede Angst, jede Emotion, die überträgt sich ja auch auf und in die Stimme. Das ist, naja, ganz natürlicher Vorgang. Ja, zu guter Letzt noch, mach deine Sprache lebendig. Dazu verhilft dir eine, ja, eine gute Wortwahl. Es verhilft dir, dass du deine Stimme zum Beispiel nicht monoton lässt, immer im gleichen Ton, denn dann schläft man ein, wenn man sie hört, sondern gib ihr ein bisschen auf und ab, je nachdem und nicht zu viel natürlich, also keine Extreme einbauen, aber schon ein bisschen Bewegung, ein bisschen Bewegung in die Stimme geben und ja, vergiss nicht zwischendrin eine kleine Pause zu machen, denn dein Zuhörer muss ja auch erst mal verdauen, der muss verstehen, was du von ihm willst. Also mir ist schon passiert, das zum Beispiel ich abhebe und dann überläuft mich ein Schwall, ein Redeschwall von jemandem, aber so leise, dass ich kaum was mitkriege und wenn ich dann irgendwann zwischendurch frage, was haben sie jetzt gesagt, dann kommt das gleiche nochmal. Das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck eines solchen Anrufs. solltest du Fremdakquise machen müssen oder auch machen wollen, dann achte darauf, dass du wirklich deinen Redefluss nicht zu schnell machst, dass du Pausen drin machst, dass du dem Menschen auch Zeit gibst oder Luft zum Atmen gibst, ein bisschen, natürlich nicht zu viel, keine langen Pausen, aber ein paar Päuschen dürfen es schon sein. So, das wäre es für heute, achte darauf, dass du auch beim Telefonat gut sitzt, dass du dich nicht hängen lässt, dass du nicht deine Schulter nach vorne hängen lässt oder dein Brustkorb, denn das engt alles ein, das nimmt dir auch den Klang, denn dein ganzer Körper ist ja ein Klanginstrument, er ist ja wie ein wie ein Lautsprecher. Und darauf achte einfach, dann wird dein erstes Telefonat mit jemandem gut verlaufen. Okay, denke immer dran, in der Ruhe liegt die Kraft und die Schönheit deiner Stimme und nicht vergessen, gib deiner Stimme Raum. So, das war die erste Episode im neuen Jahr. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich auf dich. Also, tschüss, mach es gut. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter Beatrice at stimme-für-erfolg.de Für mit Umlaut U-E Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimm stark. Deine Beatrice Bis zum nächsten Mal.